Hallo und willkommen im Basic Video. Schön, dass du da bist. In diesem Video werden wir uns ein paar weitere Textaufgaben vornehmen. Solltest du dir im Intro Video gedacht haben, dass du eigentlich gerne genauere Erklärungen zum Thema Gleichungen hättest, dann schau dir doch den Lernzyklus von meiner Kollegin Petra an zum Thema lineare Gleichungen mit einer Variable. Ansonsten bereit für weitere Textaufgaben? Dann lass uns starten. Aber Frau Lehrerin, muss das sein? Ich kann das jetzt eh schauen. Sabrina, du warst zwar beim ersten Beispiel sehr fleißig, aber Übung macht den Meister. Mal sehen, wie ihr das Rätsel um meine Lieblingszahl lösen könnt. Meine Lieblingszahl ist ungerade und einstellig. Verdopple ich meine Lieblingszahl und ziehe danach 4 ab, ergibt die Gleichung 10. Welche Zahl ist meine Lieblingszahl? Aber das ist ja ein Rätsel und keine Gleichung. Es ist ein Rätsel, das stimmt, aber du kannst es auch als Gleichung anschreiben. Nutze dazu eine Variable für meine unbekannte Lieblingszahl und versuche die weiteren Angaben im Text in deiner Gleichung mit aufzunehmen. Drücke jetzt auf Pause und probiere das Beispiel alleine zu lösen. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich frage nochmal nach einem Tipp. Wenn du ohne Tipp überlegen magst, drück kurz auf Pause. Können wir das vielleicht wieder grafisch machen? Das finde ich leichter zu verstehen. Das können wir gerne machen. Gehen wir dazu den Text nochmal von Anfang an durch. Meine Lieblingszahl ist ungerade und einstellig. Daraus erhalten wir noch nicht viel Information für unsere grafische Darstellung. Schauen wir daher weiter. Verdopple ich meine Lieblingszahl? Hier wird es schon wichtig, denn das bedeutet, für unsere grafische Darstellung benötigen wir zweimal eine unbekannte Strecke. Dadurch, dass sie unbekannt ist, verwenden wir hierfür eine Variable. Für meine unbekannte Lieblingszahl habe ich mich für die Variable x entschieden. Schauen wir weiter im Text. Und ziehe danach vier ab. Das bedeutet, wir wollen an unserer langen Strecke nichts mehr anhängen, sondern wir möchten etwas abziehen. Schauen wir nochmal im Text. Dann erfahren wir, diese Strecke können wir beschriften mit vier. Die übrig gebliebene Strecke können wir auch im Text finden. Ziehe ich dann nach wie ab, ergibt die Gleichung 10. Das bedeutet, diese Strecke können wir mit 10 beschriften. Kannst du jetzt mit Hilfe der grafischen Darstellung die Gleichung aufstellen? Ich gebe euch kurz einen Moment Zeit, dann vergleichen wir gemeinsam. Drücke jetzt auf Pause und versuche die Gleichung aufzustellen. Sabrina, möchtest du vielleicht verraten, wie du die Gleichung angeschrieben hast? Okay, also ich habe geschrieben, 2 mal x minus 4 ist gleich 10. Das habe ich jetzt mitgeschrieben. Wenn man sich die grafische Darstellung anschaut, ist euch vielleicht bereits aufgefallen, dass man diese Gleichung auch anders aufschreiben könnte. Überleg kurz, wie könnte man die Gleichung dann anders anschreiben? Hast du es so gelöst? Gut gemacht! Jetzt müssen wir die Gleichung nur noch lösen. Dann habt ihr das Rätsel um meine Lieblingszahl gelüftet. Ich nehme dazu die untere angeschriebene Gleichung. Schauen wir uns das genauer an. 2 mal x ist gleich 10 plus 4. Die rechte Seite können wir noch ausrechnen, bevor wir weitermachen. 10 plus 4 ergibt was? Richtig! 2 mal x ist gleich 14. Nun wollen wir jedoch nur wissen, wie lang 1x ist. Denn 1x steht für meine unbekannte Lieblingszahl. Daher müssen wir auf der linken Seite der Gleichung und auf der rechten Seite denselben Rechenschritt durchführen. Wenn wir später nicht vergessen, welcher Rechenschritt das war, notieren wir den seitlich bei unserer Gleichung. Welchen Rechenschritt müssen wir denn hier anschreiben und dann links und auch rechts bei unserer Gleichung durchführen? Richtig! Wir müssen durch 2 dividieren. Auf der linken Seite bleibt dann nur mehr das x. Und auf der rechten müssen wir dividieren. 14 durch 2. Das ergibt Richtig! 7. Jetzt hast du das Rätsel meiner Lieblingszahl gelüftet. Meine Lieblingszahl ist 7. Gut gemacht! Ein Beispiel machen wir noch und dann seid ihr bestens vorbereitet auf das Mastery Video. Kann es losgehen? Maria ist halb so alt wie ihre Schwester Sarah und diese ist 4x so alt wie ihre Cousine, die gerade ihren 4. Geburtstag feiert. Stelle zwei Gleichungen auf. Eine für Marias Alter und eine für das Alter von Sarah. Drücke jetzt auf Pause, wenn du das Beispiel ohne Tipp probieren möchtest. Frau Lehrerin, wir machen die ganze Zeit immer wieder neue Sachen. Woher soll ich wissen, wie das geht? Sabrina, du darfst nicht gleich denken, dass du das nicht kannst. Lies dir das Beispiel nochmal in Ruhe durch. Versuche dann, die Informationen, die du im Text findest, zu ordnen und beginne mit der Gleichung, die dir einfacher fällt. Drücke jetzt auf Pause, wenn du das Beispiel ohne weitere Hilfe alleine lösen möchtest. Denn wir gehen das Beispiel jetzt gemeinsam durch. Fangen wir damit an, den Text nochmal von Anfang an zu lesen. Maria ist halb so alt wie ihre Schwester Sarah und diese ist 4x so alt wie ihre Cousine, die gerade ihren 4. Geburtstag feiert. Was wir daraus bemerken ist, dass es in dem Beispiel drei Personen gibt. Diese werden wir jetzt mit Variablen definieren. Maria, abgekürzt mit M, ist halb so alt wie ihre Schwester Sarah. Dafür steht das S. Das können wir bereits in einer Gleichung aufschreiben. M ist gleich. Was denkst du denn? Was sollte ich hier jetzt anschreiben? Richtig. Es dividiert durch 2. Schauen wir weiter im Text. Und diese, damit ist Sarah gemeint, ist 4x so alt wie ihre Cousine. Mit dieser Information können wir die Gleichung für Sarah bereits aufstellen. S ist gleich. Was denkst du? Was sollte ich hier anschreiben? Richtig. C steht für die Cousine mal 4. Lesen wir weiter im Text. Wie ihre Cousine, die gerade ihren 4. Geburtstag feiert. Das bedeutet, der Text verrät uns bereits, wie alt die Cousine ist. Das heißt, wir schreiben C ist gleich 4. Wenn wir uns das jetzt der Reihe nach ansehen, erkennen wir, dass in der Gleichung von Maria, genauso wie in der Gleichung von Sarah, sich Variablen befinden. Das können wir noch nicht ausrechnen. Zuerst müssen wir herausfinden, für was die Variablen stehen, um danach unsere Gleichungen lösen zu können. Schau genau. Eine der beiden Gleichungen können wir bereits lösen. Welche ist das denn? Richtig. Sarahs Alter können wir berechnen, denn das Alter der Cousine kennen wir bereits. Wir schreiben daher. S ist gleich. Statt C können wir einsetzen. C ist gleich 4. Aus der Gleichung erhalten wir mal 4. Und das können wir bereits ausrechnen. S ist gleich 4 mal 4. Das ergibt Richtig. 16. Sarah ist ihm nach 16 Jahre alt. Können wir jetzt Marias Alter berechnen? Richtig. Dann lasst uns loslegen. M ist gleich. M ist gleich. Statt S können wir nun wieder einsetzen, denn S kennen wir bereits. 1 Dividiert Dividiert dass Maria acht Jahre alt ist, Sarah 16 und die Cousine vier Jahre alt. Gut gemacht. Okay, vielleicht war das doch nicht so schlimm. Das war's auch schon wieder. Du hast es geschafft. Klopf dir lobend auf die Schulter. Atme nochmal tief aus. Und dann sehen wir uns im Mastery-Video gleich wieder.